Ich weiß es gar nicht, wie... äh, oh mein Gott. Framerate-Einbruch, nein! Slow-Motion! Und die Frames beruhigen sich nicht. Jetzt haben sie es doch immer geschafft. Ja, hallo Framerate. Wie geht es dir? So, jetzt habe ich mal ein bisschen Gelumpe ausgemacht, aber die Framerate beruhigt sich irgendwie gar nicht mehr. Warum? Ach, jetzt geht's. Komisch, das war wirklich komisch. Die hat hier irgendwie ein paar Einbreche. Wenn das so weitergeht, dann muss ich wohl gleich übel oder angenommen. Äh, die Aufnahme... Unterbrechen. Oh. Gustav. Hallo. Tschüssi. Ähm, die im Bett, die haben sie. Ach, der hat wieder hier sein cooles Holzteil. Hallo, Bett. Bist du anwesend? Wie die im Stehen schlafen. Bestimmt Vampire oder sowas. I'm out of Axis? Hast du keine Axe mehr? Ehrlich nicht. Ich habe keine Framerate mehr. Oh, ein Creeper. Na, ja, okay. Dann geben wir denen noch die Axt. Am besten später. Und ich... Jetzt hat es sich wieder beruhigt. Ich sehe schon, gleich bricht die Framerate wieder ein. Die Blumen braucht man, denke ich mal, nicht. Obwohl, da fällt mir gerade was ein. Ja, ja. Inventar, gefilte, so. Jetzt sieht unsere Straße doch gleich viel schöner aus. Oh, kurzer Test, ob der... Bauarbeiter auch tatsächlich hier... Steine braucht. Weil, wenn der jetzt keine Steine braucht, dann ist das schon wieder kacke. Ja, hallo. Äh, ich bin Gustav. Günther, der Dritte. Ja, er braucht Steine. Alter, läuft er einfach gegen mich gegen. Jetzt hat sich die Framerate auch wieder beruhigt. Ja, was macht man jetzt mit den Spinnerungen? Oh, ich bin vergiftet. Oh, ich sterbe. Also, für alle, die noch keine... Die noch keine Spinnerungen gegessen haben. Jetzt wisst ihr, was passiert. Man bekommt grüne Herzen. Und... Könnte daran sterben. Ne, ne, warte. Ich glaube, ein halbes Herz bleibt immer übrig. Das, äh... Ja, das kann sein, muss aber nicht. Will ich jetzt nicht so ausprobieren. Und unsere Essensknappheit ist gar nicht schlimm. Äh, da sind noch ein paar Steine. Und ich frage mich, was der mit den Steinen will. Der hat doch da die... die Brickstones. Äh, muss ich mal gucken. Ah ja, doch, der nimmt Cleanstones. Ja, okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Äh, Spiegler, ja, können wir uns jetzt so nicht machen. So, ganz ohne Andromat. Gucken. Können wir das Haus jetzt schon betrachten. Boah, richtig geil hier. Mit dem Dach und so. Krass, so möchte ich auch unbedingt wohnen. Ne, ist ja noch nicht fertig. Ähm, wir könnten uns mal hier um den Weg kümmern, weil der Weg ist ein bisschen verkümmert. Hier ist nämlich nur... Naja. Hier ist ja nur so ein Krüppel. Wir brauchen mal ein bisschen... KW. Äh, wo ist hier? Hallo, Kies, ich suche dich. Nee, hier nicht. Kies, 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 Kies. Ich suche dich. Kies. Oh mein Gott. Eine fette Mine. In der wir jetzt schon hundertmal waren. Alter, ich dachte gerade, was ist das denn hier für ein Geräusch? Du Arschgesicht, Alter. Nee, 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 nee. So nischt, mein Freund. So nischt, du. Dat war jetzt schon ganz schön knapp. Äh, ich will nix sagen, aber ich hab so das Gefühl, als wäre der Mina hier schon mal gewesen. Das ist aber nur so ne Vermutung. Ähm. Heilige Scheiße. Wir haben keine, äh, keine Dings, aber das ist auch egal. So. Ups. Ja, das hat jetzt super geklappt. Jetzt nicht. Das war zu zeitig. Hey, der Trick klappt wirklich jedes Mal. Man braucht nur das perfekte Timing. Komm her, Fackel. Ähm. Ähm. Das ist jetzt schon fast Feature von Minecraft, dass man sich so den Gravel abbauen kann. So, 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 so. Mal her. So, wie viel haben wir? 33, das reicht, das reicht. Ja, hm, das reicht. So seh ich das auch. Oh, ich hoffe, der Ingame-Sound ist nicht zu leise und nicht zu laut. Ähm. Da ist ein klemplanwerk, das hört man. Da ist es äußerst realistischer Sound, wenn der auf die Steine haut. Haben wir noch was zum Essen? Ja, ein bisschen Rottenflash, das reicht auch noch. Damit kommen wir noch locker über die Runden. So. Ähm. Hier. Ähm. 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 Genau so. Möchte ich das machen. So. Ähm. Warum haben wir jetzt wenig Platz im Inventar? Ja, so. Vielleicht ist das jetzt hier überhaupt richtig? Ja, klar, das geht schon. Naja, das sieht dann aber irgendwie auch ein bisschen Kacke aus. Aber ist egal. Mann, wie schnell so ein bisschen Kies hier weg ist. Das ist echt krass, ey. Das ist richtig krass. Aber wir haben hier auch eine Trudel, da können wir ja auch mal zur Abwechslung was reinpacken. Äh. Der braucht bestimmt noch ein bisschen Steine da hinten. Da bringe ich den auch noch mal ein paar. So. Guten Morgen. Hier, bitte Steine. Schwing jetzt deinen Arsch und... ...und schwing den einfach. Schwing den zu der Baustelle am besten. Mh, hallo. Das ist sehr besser. Ich據 dich das sind ja auch mal. Vielen Dank.